Text lerne ich persönlich am einfachsten während der Probe, wenn ich mit den anderen Schauspielern zusammen bin und mir die ganzen Szenen zusammen erarbeiten kann. Da das aber nicht geht, man muss ja auch schon ein bisschen vorbereitet sein, lerne ich den Text daheim, indem ich ihn mir einfach laut vorsage und dabei durch die Wohnung gehe. Ich kann es nicht im Sitzen, ich kann es nicht im Stehen, ich kann den Text nur lernen, während ich laufe. Und jetzt schauen wir uns mal so ein Textbuch an. Das ist von diesem Jahr. Das sieht ja hier noch alles ganz nett aus, hier die gelben Sachen sind meine. Man muss ja gar nicht viel sagen, immer wieder mal so, kleinen Einsatz und dann kommt so ein Riesenteil. Das muss man dann halt natürlich auswendig kennen. Und später kommt dann noch viel mehr dazu. Das ist mal aus einem von den letzten Jahren, dass man sich immer viel Bewegung noch mit reinschreibt, was man denn so alles nebenher macht. Man steht ja nicht einfach nur da und sagt den Text, sondern man hat ja immer eine Aktion dabei. Und hier bei der Seite haben wir sogar eine kleine Skizze. Wann gehe ich wohin? Ja, man sieht, manchmal kann ich meine eigene Schrift schon immer lesen. Aber es funktioniert.